Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Schalke Inside zu den S04 News. Am Samstag erwartet ja die zweite Fußball-Bundesliga eine hochemotionale Partie. Der FC Schalke 04 empfängt Dynamo Dresden und die Gäste fiel man der Partie bereits gegen uns entgegen. Darüber sprachen Co-Trainer Heiko Scholz, Mittelfeldspieler Luca Herrmann und heute Kevin Broll bei Dynamo TV. Denn Erstgenannter spielte selbst 1995 beim Punktspiel gegen den FC Schalke, damals endete die Partie 1 zu 1 unentschieden. Auf Schalke einen Punkt zu holen war schon eine ordentliche Leistung, erinnert sich Scholz zurück. Wahrscheinlich wird man sich natürlich auch am kommenden Wochenende gut begnügen können, sollte man einen Punkt holen. Dazu meint nämlich Torhüter Broll, wir werden uns darauf fokussieren, dass die Defensive gut steht. Das haben wir gegen Nürnberg ganz gut hinbekommen bis auf eine Schläfrigkeit. Denn gegen Nürnberg zeigte sich ja Dresden auch deutlich besser als das Ergebnis, gab eine 0 zu 1 Pleite vermuten ließ. Man hatte selbst Chancen, ließ auch eigentlich relativ wenig zu. Und gegen Schalke oft war nur noch etwas mehr Glück, auch weil man sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen möchte. Derzeit hat man 15er Vorsprung auf den Relegationsplatz. So oder so ist das Spiel auf Schalke aber für unseren Gegner auch in gewisser Art und Weise ein Event. Denn Youngster Luca Herrmann ist einer von denen, die das Spektakel zu schätzen wissen. Das ist eine Wahnsinnsbegegnung, in Gelsenkirchen zu kicken ist ein Traum. Wir haben alle Bock darauf, ich habe heute schon Gänsehaut. Das muss für uns ein besonderes Spiel sein. Wir haben da nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Und auch von beiden Fanseiten wieder eine große Masse und Unterstützung erwartet. Bei Mestr 4 kündigten weitere Teile der Ultraschende die Rückkehr in die Arena an. Knapp 57.000 Fans dürfen in das Stadion. Und von den Gästen haben wir mindestens 4.000 Social erwartet. Sprich, eine Wahnsinnskulisse ist schon mal vorprogrammiert. Und auch die Dresdner Spieler, wie auch Verantwortlichen, haben Bock auf dieses Spiel. Also eigentlich ist doch alles angerichtet. Eure Meinung zum Samstagabend-Top-Spiel in Liga 2? Geht mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Eure Meinung zum Samstagabend-Top-Spiel in Liga 2?